Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde und auch Salvetespectatoris und auch Salam Aleikum zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günner, bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Andalusien und ich glaube, wir schnappen uns jetzt mal ganz schnell noch diese Provinz von Aragon. Wir könnten allerdings, was wir noch gucken könnten wäre, okay, wo ist Burgund? Und da, Burgund gewinnt dummerweise gerade gegen Dänemark angeblich, was ist denn das für ein Krieg? Dänische Eroberung von Lübeck, ah, warte mal, und Burgund ist der Kaiser, ne? Aber Dänemark ist mein Verbündet, da ich will ja eigentlich, dass Dänemark gewinnt, komm, das schaffen wir auch noch, oder? Krieg erklären, rufen wir die Ottos mit rein oder Marokko? Wir rufen die Ottos mit, äh, wie Bruch der Waffenruhe, nooo, okay, gut, alles klar, ja, vergisst, was ich wollte, ja, danke, alles klar. Oh je. Äh, warum? Silberflotte eingelaufen, cool. Ähm, dann sollten wir jetzt noch hingehen und die, apropos, ne, diese Silberflotte, die bezahlen wir dann am besten einfach gar nicht. Kauflotte verleumtet, ja, das geht halt alles so in der Endlosschleife hier durch, ne, ja, macht's toll, ja. Man muss ja immer auch mal wieder so ein bisschen gucken, wie sieht es hier aus, aber Freiheitsstreben insgesamt ist halt relativ niedrig, ne, da kannst du mal ein bisschen Admin-Macht für ausgeben und so, und dann passt das ja auch alles wieder, ne. Also so dramatisch ist es jetzt gar nicht. Ah, schön. Da ist ja einer auf dem Weg hin. Aha. Ach, das sind beides noch Kolonien, okay. Aber wartet mal. Da bitte auch noch einen hinschicken. Ich meine, dann machen wir jetzt mal die Küste da drüben zu, ne. Also wir hätten ja auch echt das krasse Kolonial-Game spielen können, das muss man jetzt tatsächlich sagen, ne. Dass wir das nicht gemacht haben, ist, äh, zu einem ganz großen Stück auch einfach meiner Faulheit geschuldet, ne. Weil ich halt hier nicht die Ambitionen habe. Ich hab das ja auch von Anfang an, dieses, äh, zu Beginn dieses Spiels ja auch schon gesagt. Äh, äh, du stehst interessanterweise noch hier, cool. Ich mach mal ganz schnell hier runter. Ich hab das ja auch zu Beginn dieses Spiels gesagt, ähm, meine Ambition ist es ja tatsächlich gar nicht hier, ähm, so krass auf, äh, Kolonialismus hier zu gehen, ne. Äh, äh, ich hatte das überhaupt nicht vor. Ich wollte das eigentlich nie. Aber irgendwie wurden wir dann doch genötigt, das zu machen. Und naja. Naja. Ich weiß gar nicht mehr, wem wollten wir denn alles noch hier. Die sind alle da unten, ne. Vielleicht machen wir hier wirklich noch den Krieg hier auf die Schnelle, ne. Ah, ich kann's mir nur angucken. Ja, dann warten wir mal drauf, dass unser Regentschaftsrat. Nachdem dieses, äh, der Typ ist erst vier. Heckenpenner, Penisfisch, Lurchmonster, Umayat ist erst vier Jahre alt. Ich soll jetzt 14 Jahre, ne, zwölf Jahre, glaube ich, oder wie lange muss ich hier warten? Du meinst es nicht ernst. Die sind überraschend. Der ist ja nicht mehr, aber der Typ ist erst. Völf Jahre alt. Ich habe gerade keine Ahnung. Hey, wo gut wurde wieder gewählt. Tja, dann setzen wir das mal ab, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich schneide dann einfach ein bisschen was jetzt mal gerade raus. Übrigens gerade eine ganz interessante Fügung. Die Ottos greifen jetzt tatsächlich die Mamas an, ne? Also damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, dass die das tatsächlich durchziehen. Hat mich insofern positiv überrascht, weil das sind die friedlichsten Ottos, die ich in meinem Leben gesehen habe, ne? Na, jetzt müssen wir halt hier den Ottos helfen, nur das ist das Einzige. Aber irgendwie echt auch mega interessant, ja? Also normalerweise hätten wir, glaube ich, so mit den... Vielleicht ein bisschen weniger. So ungefähr. Ne, warte mal, aber nicht die Armee. Stopp, das ist Quatsch. Die Korruption, meine ich. So, wir haben natürlich ein Event Korruption bekommen. Das habt ihr vielleicht vorhin noch gesehen. Ja, finanzieren wir mal hier und dann... Ja, insofern, das ist jetzt das Zeug, das ich mache. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Das war übrigens jetzt dann gerade doch noch recht witzig, weil ich nämlich einfach mal überraschend davon so meine Flotte gelandet habe, während die Mamas da hier versucht haben, das Ding da zu besetzen. Also das ist tatsächlich herrlich, ne? Habe ich überhaupt irgendwas markiert? Ne, ne? Oh Gott, ich kann nur... Okay, ich kann hier irgendwie kaum was markieren, ne? Ja, jetzt kommt der Otto Blob dann. Aber wie gesagt, es geht hier um dieses Achievement. Das kannst du übrigens ausmachen, das brauchen wir nicht. Ich habe die standardisierten Uniform jetzt auch gewählt. Wie viele Truppen haben wir jetzt noch? Okay, gut. Naja, das kriegen wir dann wohl hin, ne? Ja, da muss man gerade im Gewaltmarsch noch darüber stehen von den Typen da platt machen. Ja, wann bist du da? 17. Nice. Und die Flotte, wahrscheinlich jetzt nicht mehr, ne? Wenn du im Krieg mit den Ottos bist, dann verlierst du in der Regel deine Flotte. Ah, da ist sie. So, ich werde diese Armee beschlossen lassen. Das ist ein Drei-Belagungstyp. Okay, das ist sehr nice. Ah ja, genau. Nimm den Typen da mit. Wir bekämen den Zweiermalus. Ich weiß aber nicht, ob es sich tatsächlich mit der kompletten Flotte da draufstellt. Ist nicht unbedingt absehbar. Also, dann muss ich mir den da rein. Ich meine, die können dann ja weiter twerken, ne? Das Versorgung mit hier ist 50. Cool. Das dumme ist halt, ich kann ja nur nicht twerken, hier, ne? Ja gut. Guck mal, schon 21%. Da wir das jetzt schief und jetzt haben, könnten wir die Ottos vielleicht einfach auch betuppen. Wann ist er denn da? Am dritten. So, guck mal, deine Hauptstadt ist weg. Wer hat sie versteckt? Mama, Mama, deine Hauptstadt ist weg. Wer hat sie versteckt? Wer hat sie versteckt? Oh, kriegt dann Moral-Tag. Mama, Mama, deine Armee ist weg. Wer hat sie versteckt? Mama, Mama, deine Armee ist weg. Es geht, wie es Katzen machen. Es geht, wie es Katzen machen. So, warum sollten wir jetzt hier Halt machen? Erstmal versenken wir ihm die Flotte. Yo. Und jetzt? Oh. Warte mal. Oh, das ist ja geil. Verbinde mir den Johanniter. Warte mal. Okay, es ist aber ein Otto-Krieg, ne? Es ist ein Otto-Krieg. Ein Otto-Normal-Krieg. Das ist übrigens gar nicht so ratsam, Leute. Ihr kennt das wahrscheinlich schon. Ähm. Gegen die Mamas. Sollte man das, äh, nicht unbedingt machen. Äh, so, äh, dieses, äh, Carpet-Sieging, ne? Wo man also seine, seine Armee so aufsplittet. Äh, denn die zaubern halt immer sehr schnell nochmal weitere Armeen aus dem Ärmel. Und das kann dann gefährlich werden für die eigenen Truppen. Das ist mir den Jengel-Kill, der da drin war. Dann gibt's neun. Ach, ne, hör auf, wenn die Schirme von dem her. Oh, was cool. Haha, geil. Ja, ich hätte vorhin nur überlegt, ein paar Transen zu bauen, weil wir noch, ähm. Was war das jetzt? Ich hatte vorhin nur überlegt, ein paar Transen zu bauen, weil wir noch, ähm. Ähm. Ähm, weil wir von der Armeegröße, ich sag mal, ähm, der hat keinerlei Festung da unten, ne? Wohl, dann kannst du die hinlaufen. Äh, weil wir von der Armeegröße noch ein bisschen Luft nach oben hätten. Und da ist es dann natürlich so cool, ne? Wenn du mal feststellst, dass du noch zwei, drei Trüppchen mehr brauchst, dann ist es immer doof, wenn dann der Moment ist, wo du feststellst, ah ja, stimmt, jetzt muss ich noch Transporter bauen, ne? Das ist die Situation, die du nicht haben willst. Denn dann muss das mit den Transportern immer schnell gehen. Und, ähm. Ja, das ist immer ungut. Was für eine Regierungsform nehmen wir? Guck mal da, jetzt können wir eine theokratische Regierung wählen. Dann kommen wir da sogar noch näher hin, ne? Also an unser Achievement. Das ist witzig. Alter, Zypern. Wenn wir uns das mal angucken. Voila, das ist echt hart, ne? Der will einfach mal hier die komplette Küste. Ich bin mal gespannt, wie lange der noch mit den... Ich bin gespannt, wie lange der noch mit den Autos verbündet ist, wenn er diese komplette Küste da kontrolliert. Kosten für Berater und Ideen. Kosten für Berater und Ideen. Kosten für Berater und Ideen. Oder mal die Realitätsgleiche. Plus 15. Jo. Okay, krass. Untertitelung des ZDF, 2020 Gibt es hier noch irgendwas? Nichts Konkretes, ne? Ich baue mal diese Uni hier. Okay. Boah, weil der die Fesseln erhält, ne? Ich baue mal die Fesseln. Ich baue mal die Fesseln. Am Ende hat er drei Belagerungspunkte. Aber sonst ist der Typ auch nicht gut, ne? Also die Kampffertigkeiten sind schon wichtiger, finde ich. Du kannst du nicht mal dahin gehen. Pass auf, warte mal. Lauf mal zum Sinai zurück. So, und jetzt ist deine Return-Province immer noch hier. Du kannst echt nicht darüber laufen. Das liegt halt an der Festung hier, ne? Der läuft in die Provinz rein. Und dann kann der nur noch hier hinlaufen. Das ist schon verrückt, ne? Da passieren Dinge. Hä? Da war da eben noch eine Festung drin. Was ist hier passiert? Verrückt. Verrückt, okay. Ja, Leute, ne? Wir sehen uns dann, äh, wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, wir gucken mal, was da so noch hier bei diesem Krieg da rumkommt, ne? Ich wollte auch nur mal dann, okay, mal kurz wieder zeigen, was ich so für generelle Würfle mit, äh, fast, äh, also mit über 65 Punkten Armeetraditionen und abgeschlossenen. Was haben wir für Ideen abgeschlossen? Haben wir Offensivideen? Ja, Offensivideen und Defensivideen besser noch abgeschlossen. Das heißt, also der wäre eigentlich, der Typ, äh, da, ne? 3, 2, 2, 2, der wäre eigentlich, der ist hier noch nicht drin oder wie oder rad? Da ist er, ja. Der wäre eigentlich noch schlechter, das muss man mal sagen, ne? Das ist doch eine hodenlose Unverschämtheit, oder? So, der Krieg ist übrigens, äh, fertig. Ähm, Mameluken tritt, äh, Gaza und, äh, Sadia an Zypern ab. Mamelukenreich tritt Halab, Tarablus, Al-Sham. Damaskus, Hammer, Antakya und Homs an die Ottos ab und zahlt einen Haufen Geld. Und, äh, der Krieg kostet 235 Diplo, Zypern 60 Diplo und so weiter und so fort. Und wir kriegen von den 27,8 Prestigepunkten kriegen wir 18,1. Und, äh, 67 Punkte Machtprojektion. Das kann sich mal sehen lassen, auf jeden Fall, ne? 19 Punkte Gefälligkeit und so weiter. Ähm, und du musst uns hier hoch und dann irgendwie, was ist, da hin? Und du läufst irgendwie dann hier hin. Ähm, yo. Witzig, ne? Mal gerade gucken, wie ist denn die Meinung? Und die Ottos? Haben die schon Nachbarn mit abweichender Religion? Naja, okay. Da, hier, sie begehren Sidon und Gaza. Das ist ja nur die Spitze des Eisberges, ne? Was hast denn du eigentlich markiert? Ja, ist ja auch schon, was ist markiert hier, ne? Wobei, der würde auf Gizeh wahrscheinlich noch verzichten, wenn ich die markieren würde, ne? Und, äh, wir haben hier einen Diplomaten hier. Tausch das mal gegen Geld. Du kannst nicht twerken, denn du musst gleich hier rüber in den Einsatz. Und die anderen sind irgendwo da unten unterwegs, ne? Welch glorreicher Tag, welch glorreicher Tag. Ein neuer Regent möge die Herrschaft von Ali dem Ersten, ne? Wird Herrscher derzeitiger Thronfolge. Heckenpenner-Penis-Fisch-Lurch-Monster wird entfernt. Weil der gestorben ist, oder was? Okay, er hat 3, 4, 2. Das ist immerhin deutlich besser als, äh, die anderen Werte. Ja, nice, okay. So, okay, klar, warum nicht? Dann, äh, gehen wir mal hin und erhöhen mal die Stabi, wenn wir ohnehin viel zu viel Stabi-Punkte haben. Und, äh, beziehungsweise wir haben zu viel Admin. Hm, Junistee, genau. Und die anderen können wir nicht heiraten, ne? Hatten wir sonst noch hier etwas? Äh, Timi lieben uns. AkuYunlu liebt uns. Wir sind, äh, beliebt. Moment, bitte. Okay, gut, also, ich glaub, es kann weitergehen. Dann, was haben wir hier noch? Ah ja, genau, Italien, ne? Genau, beziehungsweise Königreich beider, Königreich beider Sizilien, ist es ja. Okay, ähm, ja. Könnte ich... Der hat keinen Bock, das herzugeben. Ich mein, bei Aragon verstehe ich das, weil die haben nur diese eine Provinz. 38, ne? Ist schon ein bisschen verrückt, ne? Lasst mal kurz überlegen, ja, wollen wir denn dann jetzt hier den Krieg beginnen? Mal wieder so ein Ding, ne? Weißt du, die Briten sind halt wieder dabei. Wir müssen, ja. In dieser Runde müssen wir dann da auch nochmal eine eindeutige Entscheidung treffen. Anklage von Sektenpraktiken. Ja, ja. Ah, vielleicht mach ich mal die Musik gerade wieder an, ne? Ja. Zusätzlich bin ich mir auch gerade nicht so ganz sicher. Also wir können ja diese, wir können ja den Ständen keine Provinzen mehr geben, ne? Also das ist ja insofern, ich kann da tatsächlich an diesem Achievement gar nicht so viel weiter doktern. Ich glaube, das kommt echt noch, ne? Also was heißt Achievement, ne? An dieser Mission. Ich glaube, das kommt tatsächlich echt noch aus einer anderen Zeit, ne? An dieser 362, das ist so viel Kohle, die wir bräuchten. Titel verkaufen. Ne, das hilft nicht. Das machen wir später. Wir können natürlich auch dafür sorgen, dass die U-Lemmer, wenn wir die Versammlung einberufen, aber dass alle Stände erhält 5 Einfluss, ne? Und dann brauchen wir noch irgendein Event. Wir machen das ansonsten, ja. Ja, wir zögern das noch so ein bisschen raus. Wir machen, wenn wir mal ein Event bekommen, wo wir den U-Lemmer Einfluss geben können. Das muss ja auch gehen, ohne dass wir die Regierungsform ändern, ne? Politischer Absolutismus. Legislative Häuser. Die Republik ausrufen. Oder eine theokratische Regierung einführen. Also ich finde ja tatsächlich diese... Ja, was auch, wir machen den... Wir machen einfach den politischen Absolutismus, ne? Es passt ja halt auch einfach, ne? Also es passt einfach jetzt hier erstmal in die Kiste da, ne? Wir haben außerdem noch eine diplomatische Beziehung frei. Wer hasst dich denn noch? Außer Frage... Ja, okay, gut. Ja, gut. Alle meine Verbündeten hassen dich. Ähm. Wer hasst dich denn noch? Wie können die Aragorn rivalisieren? Die haben 14 Entwicklungen. Wer stirbt? Und? Wer hin? Ba... 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 übertrieben wahnsinn aus irgendeinem Grund können die Aragorn rivalisieren vielleicht hat Aragorn die noch als Feinde und aus irgendeinem Grund ist das irgendwie nie geswitcht wir sind echt mit der Schweiz verbunden das ist nicht so cool okay Burgund würde schon mal hier nicht mehr mitmachen das ist immer ganz gut Kichenschippen drin, okay und hier sind alle wieder dabei ich meine ich würde es wahrscheinlich schon alleine schaffen aber ich nehme sehr gerne noch Dänemark und die Schweiz und so mit machen wir hat der überhaupt Truppen 25.000 Rekrutenreserven bei insgesamt 75.000 Mann das wollen wir ja noch einmal uns kurz angucken Dragon Call machen wir nochmal raus ich mag den Song irgendwie nicht mehr so gerne der ist mir ja dann doch ein bisschen so also ich finde melodisch ist ja cool aber dieses Frauengeheule geht mir echt ein bisschen auf den Wecker Warte mal stimmt die haben ich suche dann nach Spanien und stelle dann fest die haben ja niemals Spanien gegründet wir haben 8.000 Mann insgesamt machen wir das du hörst auf zu twerken ja der kommt twerk noch bis der Typ dich abgeholt hat wenn man noch schnell den Krieg hier unten ich glaube ich bin Wir haben noch 35 Schiffe, die wir verbessern müssen. Hm, ich habe so eine Ahnung, um welchen Schiffstyp es sich hier handelt. Okay. Okay, dann schicken wir die noch mal hin. Okay, also die Kohle. Die machen wir dann gleich auf. Oder soll man anfangen hier, komm, wir können anfangen hier in Neuseeland zu kolonisieren. Moment mal bitte. Okay. Sollten eine Kompanie nicht mehr verfügt, war schrecklich. Ähm, oh ja, wir sollten vielleicht auch noch. Gebäude. Schön. Dann geht's los in drei. Aber da geht nicht. Stimmt. Stimmt. Geht ja gar nicht. Danke, dass du hier viel mehr Truppen gebraucht hast, als nötig gewesen wären. Und dann bin ich hasst die vier vier Treppe. Sollten. Und dann wäre das. Sollte dieses Neurre you etwas. Dass du hier viel mehr zuvor hast, wo wir etwas anderes machen. Wir machen das ohne Teil. Gemüse nicht mehr, da geht's. Gut, da geht's um das RDE drauf. Werden, das auch nicht. Für diesesnir. Das ist ja groß ist. so dann machen wir jetzt den krieg immer schnell zu ende erst mal hier nun lasse ich dann mal reparieren dann holen wir uns hier mal noch ein spionage netzwerk dann nehme ich auch noch weiter ganz schön platt gemacht worden hier ok du gehst dahin und du die laufen jetzt über das schiff oder wie hier viele festungen wenn du untätig bist dann können wir kommen weil das dauert jahre bis der hier fertig ist eigentlich witzig weil er könnte direkt hier hin fahren wäre schneller und würde die andere flotte noch platt machen du kannst übrigens zurückkommen dann gehst du hier hin landes mal da wir können hier kommen dann setzen wir die jetzt mal hier gerade in stand wenn wir schon da sind müssen wir halt den krieg mit england noch ein bisschen und den krieg mit kasteel natürlich auch müssen wir den noch ein bisschen hinaus zögern aber das geht auch weil da weil der kasteel in großbritannien und so weiter in der koalition gehen würden weil die das weil die das interessiert wenn ich da wenn ich da länder in australien erobern und ich auch noch gerade platt ohne witz der hat fünf punkte das ist der loser knirch vom hodenbaum ohne witz vom hodenbaum holl vom hodenbaum so dann gehen wir erst mal hin und kaufen uns immer die inflation runter müssen wir jetzt nicht zu viel zeit verlieren wir machen beide mit alles gebirge und wald da hier wir wollen lugo erobern warum lugo fragt ihr die überlegung dahinter die ist tatsächlich recht simpel ich spekuliere so ein bisschen drauf dass die ki versuchen wird ich spekuliere so ein bisschen darauf dass die ki versuchen wird lugo zurück zu erobern so weit wir das halten und wenn die briten hier ihre flotte landen dann erwischen wir die da so jetzt bin ich übrigens gespannt und genau nach lugo läuft auch noch keiner das schwung ganz gut außer dir noch lauf nach leon wo war das hier warum du nicht bis nach burgos gelaufen bist weiß ich nicht was war noch mit den diplomaten oh gott wir sind bei 45 minuten ich muss schluss machen okay dann sehen wir uns im nächsten teil wieder und bis dann wünsche ich alles gute inschallah macht's gut und pack's wo bis kommen bei lehte das 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 das